Das Haus, in dem Atatürk während seines Besuchs in Silivke in den 20er Jahren wohnte. Atatürk Haus. Der Ort, der in den folgenden Jahren als Ethnografiemuseum eröffnet wurde, zeigt viele wertvolle Gegenstände von Atatürk. Schlafzimmer, Geschirr, Pistole, Dokumente und Gemälde mit seinem Namen. Ein riesiges Denkmal, das die Erinnerung an den großen Führer widerspiegelt. Atatürk Haus und ethnografisches Museum. Untertitelung des ZDF, 2020